Leute, wir müssen euch was sagen, das gab es noch nie. Es gibt das allererste Mal vier verschiedene Produkte bei unserem Shop. Ein Produkt davon ist unser Gin, er ist wieder verfügbar. Es gab ihn ja relativ lange nicht und er war das erste Mal irgendwie nach ein paar Stunden ausverkauft. Ihr seid völlig verrückt danach. Das ist auch ein richtig, richtig tolles Weihnachtsgeschenk, also checkt das aus. Was gibt es nach Malin? Okay, zweites Produkt, Leute, unsere Mützen. Wir haben letztes Jahr ja kurze Mützen gehabt, ein kurzer Schnitt. War nicht so praktisch beim Segeln, jetzt haben wir die ganz normalen, sind aus 100% Schuhrwolle. Perfekt beim Segeln, perfekt im Winter. Ganz dezent mit unserem Logo drauf, einmal Navy, einmal Anthrazit. Man muss nicht mal Anna und Malin Fan sein, die sehen einfach mega geil aus, sind wir mal ehrlich. Was haben wir noch, Anna? Unser wahrscheinlich persönlichstes Piece im Shop ist unser Buch. Wir sind immer noch richtig, richtig stolz drauf, es war eine Heidenarbeit. Und nur bei uns gibt es das mit persönlicher Signatur. Was gibt es noch Malin? Und das vierte und letzte Produkt ist unser Kalender. Er war ausverkauft, wir hatten uns noch ein paar zurückgelegt für Retouren und so. Und diese 90 Stück gibt es jetzt bei uns im Online-Shop. Wenn ihr zwei holt, gibt es eine Weihnachtskarte dazu. Und übrigens sind auch alle anderen Kalender, die ihr bestellt habt bisher, jetzt versendet worden. Also die kommen in den nächsten Tagen bei euch an. Vielen Dank dafür, wir gehen jetzt Pakete packen. Happy Shopping! Happy Shopping! Happy Shopping! Happy Shopping! Untertitelung des ZDF, 2020